Guten Tag. Wir nehmen heute Abschied von Bischof Anton Schlemmer und begleiten ihn heute zu seiner letzten Ruhestätte. 24 Jahre war er Bischof von Speyer und heute heißt es Abschied nehmen. Bedingt durch Corona können nur wenig Menschen im Dom dabei sein. Wenn Sie auch dabei sein wollen und Bischof Anton auf seinem letzten Weg begleiten möchten, dann haben Sie dazu die Möglichkeit über unsere normalen Kanäle auf der Bistumsseite, aber auch bei EBTN. Schalten Sie ein, schauen Sie mit, beten Sie mit und begleiten Sie so unseren Altbischof auf seinem letzten Weg. Vielen Dank.